Wer sagt eigentlich, dass ein zuverlässig und sanft wirkendes Abführmittel immer Dragees oder Tropfen sein müssen? Damol Pico Täflchen. Die süße Erleichterung. Kennt man schon seit 100 Jahren. Sie sind bewährt und heute noch modern. Individuell und einfach dosierbar. Nimm Damol, du fühlst dich wohl. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.